Wir können, bevor wir über Viral Videos quatschen, nochmal in South Park weiter reingucken. Du bist ja noch weiter am Spielen, Steffen, die ganze Zeit. Scheiße, Alter. Ja, ich bin gerade bei Token angekommen, aber der doofe Wachmann sagt, ich komm da nicht rein. Was? Du kommst da nicht rein? Du kommst da nicht rein? Sag was. Wie bitte? Du sollst was sagen. Was? Sag doch was. Du bist wieder dran. Ja, ja, klar. Wie gesagt, ich bin gerade bei, ähm... Dick, das ist manchmal nicht so einfach. Spielen und reden. Ja, vor allen Dingen, ich hab null Vorbereitungszeit gehabt, ich weiß noch überhaupt nicht ganz, wie das funktioniert. Jetzt red ich hier nicht raus, spiel und erzähl. Ja, ja. Ist ja schlimm. So, Kabel macht sich gerade darüber lustig, dass ich hier eine Ladung Gas abbekommen hab. Von dem Türwächter. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier ins Haus komme. Von Token, weil scheinbar wohl nicht hier... Bei ihm komm ich scheinbar nicht durch, das heißt, ich muss wohl irgendwie anders bei Token reinkommen. Ja. Okay, komm ich zum Maul. Also man erkennt auch einfach viele Stellen wieder. Du bist zu Jimbo's Waffenladen. Weiter nach links. Okay. Nach links, ja? Guck, wir kriegen Hilfe aus der Regie. Jimbo's Waffenladen ist also unser nächstes Ziel. Kennst du Jimbo? Ja, natürlich. Jimbo ist Stans Onkel. Wie weiter nach links? Wo ist denn Jimbo? Da war ein Ausrufezeichen auf der Map. Ich weiß nicht, ob das wieder wichtig war. Ne, das Ausrufezeichen ist ja, wo ich eigentlich hin muss. Ne, links war auch eins. Links war ein Ausrufezeichen. Links war ein Ausrufezeichen. Hör auf mich! Conor Austin. Ach da. Yo, Jimbo's Garten. Conor und Marcel kriegen in der Regie schon zu viel. Nach links. Ja, da muss Marcel vom Klo runter und selber spielen. Shittyfuck. Shittyfuck. Ihre Bestellung bitte. Die beiden sitzen hier links. Aha. Was redet ihr? Ja, das ist leider wirklich... Also die Insider, die können wir jetzt nicht... Warte mal, vielleicht können wir das ja kurz zeigen hier. Das ist der ortsansässige Chinese. Wir könnten ansonsten auch probieren, dass du uns immer noch kurz darauf hinweist, wenn das jetzt ein witziger Insider war und wir dann einfach lachen. Und dann lacht das Publikum auch mit und die haben den ja wahrscheinlich verstanden und gehen einfach davon aus, das fände ich gut. Ja. Oder warum? Das Schittyfuck. Ach, die Mongolen. Ja, es ist halt... Für South Park-Kenner sind so viele Sachen drin, das ist unglaublich. Okay, überspringen wir das mal. Hinter das Studio setzen können mit so Schildern, hochhalten, lachen. Und dann hätten wir... Ja. Okay, hier im Chat geht's gerade schön. Ha, 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 Mongolian. Ha, 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 ha. Ja. So, jetzt sind wir in Jimbo's Waffenladen. Wir überspringen mal gerade, was Jimbo uns jetzt fehlt und kaufen uns die Gasmaske. Was können wir noch so kaufen mit ihm? Okay, Level 8. Ach so, übrigens, man kann bis Level 15 kommen. Wurde mir schon von Connor berichtet. Niedlich übrigens auch, dass man in so kleinen Dollarbeträgen irgendwie da handelt, ne? So 17 Dollar und so. Sonst ist man ja in so Spielen, wird ja möglichst immer noch viele Nullen hinten dran, ne? 50.000 Gold! Und hier sind so 17,50 Dollar. Süß. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Vielleicht kannst du jetzt noch ein bisschen was generell zu den Items sagen, die man da so kriegt. Also da sind ja auch lustige Sachen dabei, ne? Ja, es gibt vieles. Also ich meine, man kann in sein Inventar zum Beispiel, direkt nachdem man gestartet hat, können wir, ja, wir lassen die Elfen mal links liegen. Direkt nachdem man gestartet hat, können wir, anstatt die Treppe runter zu gehen, bei uns ins Badezimmer gehen und erstmal scheißen. So dumm das klingt, erstmal richtig ein Abseil, das ist auch ein sehr schweres Quicktime-Event, da müssen wir wirklich ordentlich A drücken. Ey, ohne Witzne, wir haben glaub ich heute zum dritten Mal Scheiße gesagt, das ist echt, also wir brauchen da irgendwie einen, der unten in der Regie nur dafür zuständig ist. Wisst ihr, was das Schöne ist? Würdet ihr es zu Hauspark gucken, wüsstet ihr, dass es eine Folge gibt, wo es darum geht, dass Scheiße ein Fluchwort ist, ne? Und wenn Scheiße zu oft gesagt wird, dann kriegt ihr die Pest, weil ein Fluchwort hängt mit der Pest zusammen. Aber Leute, ich kann euch hier Sachen erzählen, dann werdet ihr das eh nicht kapieren. Das ist richtig. Es frustriert ihn auch so ein bisschen, ich hab so das Gefühl, er ist so ein bisschen frustriert und er würde gerne diesen Spaß, den er an diesem Spiel hat, mit jemandem teilen. Und er redet quasi gegen eine Wand. Und das sind wir, wir zwei Spaßbremsen hier. Oha, ich müsste da ausdrücken. Ja, danke, ich höre gerade aus der Regie, dass... Von der Toilette hörst du gerade, dass man sich da freut. Eieiei, der ist aber ganz schön tricky hier, der gute Herr. Wir haben übrigens schon wieder die Dattelkuh nicht gestellt. Ja, das ist nicht schlimm. Machen wir gleich. Machen wir nachher. Eine Game-Session haben wir ja noch. Ah ja, genau. Geht ja nachher noch. Ja, ja, richtig. Hab ich nix gesagt. Fuiuiui, wir haben hier schon den ersten kleinen, härteren Gegner. Mal schauen. Es ist, finde ich, etwas tricky, die richtigen Momente zu finden, um zuzuschlagen. Genau, ich kämpfe gerade gegen den Wachmann. Wie man sieht, der will mich hier tasern. So, wir hauen ihn jetzt mal ordentlich auf die Glocke. Eben, gib ihm. So, jetzt hat er noch zehn Punkte und jetzt komm ich mit Butters und finish den einmal. Richtig. Oh! Ja, okay. Oder auch nicht. Mit Butters hab ich das Timing noch nicht ganz raus, muss ich zugeben. Oh, da geht Butters down, aber da geht auch der Wachmann down. Sag das jetzt gerade an deinem Skill quasi, dass du ihm nur einen Punkt Schaden zugefügt hast? Ja, genau. Ich hab einfach viel zu früh gedrückt. Es gibt halt bei den Kämpfen immer so den richtigen Moment, wo du eine A drücken musst, ne? Die Quicktime Events. Und da siehst du daran, dass die Waffe kurz aufblinkt. Aber ich muss sagen, bei deinem eigenen Charakter, da hatte ich das eben sehr schnell raus. Aber jetzt bei Butters zum Beispiel ist das ganz anders getimt. Ich hab noch zwei, drei Versuchen immer noch nicht raus, das wirklich passt hinzukriegen. So, mal gucken, was ey so im Arsch hat. Quicktime hat nix zu tun mit dem Player, ne? Nee. Quicktime Event heißt ja zum Beispiel, du musst an einer Stelle, und da steht da auch, drück ganz oft A, zum Beispiel mal anfangen, wenn du scheißen musst, ne? Ja. Danke Steffen. Ja. Ich hebe das Niveau gerne an. Das war jetzt der böse Worte-Button. Mann. So, jetzt gehen wir hier zu Token. Token ist übrigens der reich, das reichste Kind. Nur mal so zur Info. Und auch das einzig farbige Kind ins House-Park, glaube ich. So, hier oben haben wir eine Kiste. Wollen wir mal gucken, was da drin ist. So, Wasserballon. Ich habe gehört, die grauen Items. Guck mal, hier finden wir gerade ein Okama Games 4. Echtes House-Park-Kenner wissen natürlich, dass die Okama Games 4 aus der grandiosen Tauli-Folge ist. Und wir finden die Bass-Gitarre von Token. Weil... Man muss... Ne? Wer die Folge kennt, wo die Page Plus One kommt... Geil! Echt? Ja. Geil! Weil Schwarze haben immer eine Bass-Gitarre auf dem Dachboden. Ach so. Und die können halt auch Bass spielen. Das ist einfach so. Ah! Das wird im Chat jetzt jeder bestätigen. Geil! Ist das witzig! Ja, super! Guck mal, da oben ist ein schön Pokémon. Seht ihr das? Würde ich mal so grob schätzen. Aber da muss ich wahrscheinlich erst ins Haus gehen. Das ist doch ein Glurak gewesen. Naja, nicht ganz. Ein schön Glurak. So, das ist jetzt übrigens Token. Man erkennt es am großen Tee. Gut, dass er sich nicht wundert, dass da jemand mit Gasmaske bei ihm geht. Richtig. In House-Park ist einfach alles möglich. Der hat sich aber schnell umgezogen. Hier, da sieht man auch, wie dann einfach Sponsoren übergangen werden. Nike-Symbol dann einfach umgedreht. So, jetzt bin ich Freund von Token. So, und mit diesem neuen Freund und dem sozialen Netzwerk müssen wir auch schon wieder rausgehen aus dem Gameplay. Traurig, ja. Ich muss wahrscheinlich noch so kurz... Genau, sag nochmal, mach mal ein paar abschließende Wörter sonst vielleicht auch. Ja. Dein bisheriges Fazit vor allen Dingen zu diesem Spiel. Ja, mein bisheriges Fazit... Ich find's super, soll ich andere sagen. Ich hab überlegt am Anfang, ob's wirklich so geil ist. Man sieht ja immer, die Kämpfe werden ja immer... Man kann frei rumlaufen, aber für die Kämpfe werden halt immer extra Events gestartet, weil's halt rundenbasiert ist. Aber ich find's bisher eigentlich echt angenehm. Es ist auch, ich dachte, es ist wirklich super einfach. Es wurde auch gesagt, es ist super einfach halt die Kämpfe, weil du halt nur die Quicktime-Events hast. Ich denke, wenn man sich reingefunden hat in die einzelnen Charaktere, weil das ja immer die gleichen Momente sind, ist es auch nicht so schwer. Ja, aber es ist super liebenswürdig gemacht einfach. Wie ihr grad schon seht, ich hätte euch zu fast jedem Gegenstand, den wir empfinden, eine kleine Anekdote erzählen können. Ihr scheiß Lappen. Ja, ja, ja. Waren auch viele witzige Momente für uns dabei. Ja, total. Ich hab lange nicht so viel gelacht. Ich hab fast auf dem Boden gekugelt vor Lachen, ne? Ach ja, Banausen. Nein, aber ich muss jetzt auch wirklich mal sagen, es sah jetzt ganz süß aus. Das auf jeden Fall. Also man muss halt diese Grafik mögen davon. Aber ich finde das tatsächlich interessant. Es ist halt wie in dem Game. Ich glaube, du schaffst es nicht mehr. Wie im ... In der Serie, meine ich. Genau. Also es sieht wirklich irgendwie für mich genauso aus. Wahrscheinlich könnte ich das Gameplay von The Stick of Truth nicht unterscheiden von einer Folge South Park. Ne, das ist so. Aber es ist ja auch extra so gehalten. Es gab ja auch wirklich zur Einführung zum Spielen, Dreiteiler. So. Zur Story auch, oder was? Warte mal. Ich will mal einmal gerade sehen, wie das aussieht, wenn ich jetzt hier den Timmy-Karren nehme. So, jetzt fahren wir mal mit dem Timmy-Karren hier unten hin. Ah, schade. Ich dachte, da wird was Schönes gezeigt. Gut. Traurig. Wirklich traurig. Da ist das South Park-Schild nochmal. Genau. Kann man sich davon verabschieden. Lauft am 27. zum Laden in der Hoffnung, dass es dann endlich rauskommt. Und kauft es euch. Ich glaube, der Termin wird eingreifen. Aus dieser Erde. Vereinigt euch. Auch wenn es natürlich etwas beschnitten wird. Ihr wisst Bescheid, was passiert. Das steht ja überall zu lesen. Eben.